Jetzt bin ich da, jetzt probiere ich da ständig irgendwie da reinzukommen, aber die haben da außenrum ein quadratisches Labyrinth gemacht und da gibt es keinen Eingang da. Also das ist schon ein Wahnsinn da. Lauter Tamscher so und Dingsbums und ich habe gehofft, da könnte man vielleicht einen Schuppe Eppler petzen, aber sieht eng aus.